Hey Leute, was geht ab? Euer Pex und heute bin ich mit dem 10. Türchen des Star Wars Vor-Sortax-Advents-Kalenders für euch im Start wieder mal schnell das Cover gezeigt. Auf jeden Fall machen wir heute das 10. Türchen auf. Das 10. Türchen haben wir hier. Machen wir einfach mal auf. Mal schauen, was wir da so drin haben. Wollen wir die Kärtchen wieder raus. Und dann fangen wir mit dem vordersten an. Nämlich die Republik Jedi-Ritter. Und da haben wir Meister Yoda. Yoda, Yoda, Yoda. Wer kennt die nicht? Selbst diejenigen, die nicht Star Wars schauen oder die noch nie Star Wars gesehen haben, kennen garantiert Yoda. Also eine Kultfigur eigentlich. Auf jeden Fall 88 Abwehr, 65 Angriff. Karte Nummer 4 Jedi-Ritter. So, Yoda haben wir hier schon mal abgeschickt. Dann geht es weiter mit die Republik. Noch ein Jedi-Ritter. Und da haben wir Ahsoka-Tano-Zorri, Leute. Für den Versprecher auf jeden Fall haben wir hier Karte Nummer 35, eine Star-Karte, 80 Abwehr, 71 Angriff. Und ja, Leute, das war es schon wieder mit dem 10. Türchen. Morgen ist das 11. Türchen dran und dann sehen wir uns. Ja, wie gesagt, morgen wieder haut da rein, Leute. Euer Pex United, Tschüssikowski. Ciao. Ciao. Ciao.